Die 85. Historie sagt, wie ein Holländer aus einer Schüssel einen gebratenen Apfel aß, darin Eulenspiegel ein Brechmittel getan hatte. Recht und redlich rächte sich Eulenspiegel an einem Holländer. In einer Herberge in Antwerpen, in der holländische Kaufleute waren, begab es sich einmal, daß Eulenspiegel ein wenig krank wurde. Er konnte kein Fleisch essen und ließ sich weiche Eier kochen. Als die Gäste zu Tisch saßen, kam auch Eulenspiegel an den Tisch und brachte die weichen Eier mit. Der eine Holländer hielt Eulenspiegel für einen Bauern und sprach, »Wie, Bauer, magst du des Wirtes Kost nicht, daß man die Eier kochen muß?« Damit nahm er die beiden Eier, schlug sie auf und schlurfte sie eins nach dem anderen aus. Die Schalen legte er vor Eulenspiegel hin und sagte, »Sieh hin, leck das aus, der Dotter ist heraus!« Die anderen Gäste lachten darüber und Eulenspiegel lachte mit ihnen. Am Abend kaufte Eulenspiegel einen hübschen Apfel, den höhlte er inwendig aus und füllte ihn mit Fliegen und Mücken. Dann briet er langsam den Apfel, schälte ihn und bestreute ihn außen mit Ingwer. Als sie nun des Abends wieder zu Tisch saßen, brachte Eulenspiegel auf einem Teller den gebratenen Apfel und wendete sich vom Tisch ab, als ob er noch mehr holen wolle. Als er den Rücken wandte, griff der Holländer zu, nahm ihm den gebratenen Apfel vom Teller und schlang ihn schnell hinunter. Sogleich mußte der Holländer brechen und brach alles aus, was er im Leibe hatte. Ihm wurde so übel, daß der Wirt und die anderen Gäste meinten, Eulenspiegel habe ihn mit dem Apfel vergiftet. Doch Eulenspiegel sagte, »Das ist keine Vergiftung, es ist nur eine Reinigung seines Magens. Denn einem gierigen Magen bekommt keine Kostgut.« Hätte er mir gesagt, daß er den Apfel so gierig herunterschlucken wollte, so hätte ich ihn davor gewarnt. Denn in den weichen Eiern waren keine Mücken, aber in dem gebratenen Apfel lagen sie. Die mußte er wieder ausbrechen. Unterdessen kam der Holländer wieder ganz zu sich und merkte, daß es ihm nicht weiter schadete. Er sprach zu Eulenspiegel, »Iss und brate, ich esse nicht mehr mit dir und wenn du auch Krametzvögel hättest.« Eulenspiegel, »Iss und brate, ich esse nicht mehr mit dir. » Vielen Dank.